Und hat das Wort der Kollege Stephan Brandner. Herr Brandner, nehmen Sie bitte den Mundschutz da weg. Ja, sonst müssen wir das alles jetzt desinfizieren. Machen Sie es mal weg. Legen Sie es mal schön hin oder strecken Sie es ein. Wir machen hier keine, hängen hier keine Fahnen auf. Ich wollte das nur nicht vergessen beim Zurückgehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Freiheit, Grundrechte, Demokratie, Gewaltenteilung, das waren einst die Säulen unseres Zusammenlebens. Freiheit, Grundrechte, Demokratie, das ist nur das, was Sie von den Altparteien inzwischen seit über einem halben Jahr hemmungslos und schamlos mit den Füßen treten. Meine Damen und Herren, Freiheit, Grundrechte, Demokratie, das ist das, was Frau Merkel, vor der Sie kuschen und krauchen, inzwischen verachtet. Und Sie von den Altparteien machen da alle mit. Das ist erbärmlich. Freiheit, Grundrechte, Demokratie, da wird spätestens Schluss seit dem 27. März 2020 als § 5 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes zum allumfassenden Instrument wurde nahezu sämtliche unserer Freiheitsrechte durch die Exekutive zu exekutieren. Seitdem verging kein einziger Tag, an dem nicht unsere Grundrechte massiv eingeschränkt und unser Volk von den Regierenden in Bund und Ländern schikaniert, drangsaliert, bespitzelt und unterdrückt wurde. Meine Damen und Herren, Menschenwürde, Freiheit der Person, allgemeine Handlungsfreiheit, die informationale Selbstbestimmung, die Glaubensfreiheit, die Freiheit von Lehre und Kunst, Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Berufsausübungsfreiheit, die Eigentumsgarantie, kein Stein blieb auf dem anderen. 70 Jahre freiheitliche Verfassungsgeschichte, alles vergessen bei Ihnen. Die Zeit der Freiheitsrechte, liebe Kollegen von den Altparteien, blieb nicht nur stehen, sie wurde um Jahrzehnte zurückgedreht. Es blieb nur komischerweise ein einziges Recht oder übel bestehen, das Recht auf unbeschränkte Zuwanderung. Nach wie vor darf jeder rein nach Deutschland, aber wir nicht mal mehr raus aus unseren Wohnungen. Bundespolizisten sollen nun gegen die eigenen friedlichen Bürger eingesetzt werden, Bundespolizisten, die die Grenzen schützen sollen und nicht in Wohnungen rumspionieren, in denen friedliche Bürger sitzen, liebe Freunde. Hoffen wir, dass wir uns in der Endphase der bundsozialistischen Öko-Merkeler-Tour befinden, dass diese millionenfache Verfassungsbrecherin samt ihrer Helfershelfer und einige sitzen ja hier vor mir und einige sitzen hier neben mir, ihre letzten Tage im Amt und, wenn es nach mir geht, auch ihre letzten Tage in Freiheit verbringt. So wie Merkel uns einsperrt, muss auch sie eingesperrt werden. Einen kleinen Beitrag zur Wiederdemokratisierung unseres Landes soll die Ihnen vorliegende Normenkontrollklage bieten. Ich appelliere hier, Herr Sensburg, auch an Sie. Frau Rottmann hat ja fast dafür gesprochen. Ich appelliere an die Vernünftigen hier in diesem Hause. Hören Sie auf, sich zu Merkels Marionette zu machen. Stehen Sie auf gegen die Rechtsbrüche dieser Dinge und unterstützen Sie unsere Normenkontrollklage. Erstatten Sie eine Zwischenfrage. Aber immer wieder gerne. Herr Kollege Brandner, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie politisch Andersdenkende, politisch Andershandelnde, andere politische Meinung vertretene Menschen einsperren wollen? Nein, denn wenn ich so argumentieren würde, wäre ich nicht eine AfD, sondern irgendeine Altpartei. Ich habe gesagt, und ich kann Ihnen das nochmal gehörlich vorlesen, ich habe gesagt, dass die millionenfache Verfassungsbelecherin samt ihrer Helfersherfer nun ihre letzten Tage im Amt und jetzt hören Sie genau zu, ich rede auch bewusst deutlich, und wenn es nach mir geht, ihre letzten Tage in Freiheit verbringen. Jetzt kommt aber der nächste Satz, so wie Merkel uns einsperrt, nämlich zu Hause in unsere Wohnungen, muss auch sie eingesperrt werden. Das ist der Kerngehalt meiner Aussage gewesen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich war am Ende mit einer Rede, beendet man ja immer gerne, mit einem Appell. Liebe Kollegen von den Altparteien, zeigen Sie, dass Sie verfassungs- und grundgesetzliebende und nicht nur darüber labernde Abgeordnete sind. Zeigen Sie, dass Sie den Rechtsstaat schätzen und selbstbewusst Ihre Rechte als Parlamentarier leben. Tun Sie also genau das, wofür Sie gewählt worden sind, und helfen Sie bei einer wirkungsvollen Einhegung dieser völlig enthemmten Regierung mit. Vielen Dank. Also, Herr Kollege Brandner, es gibt ja auch in diesem Hause Meinungsfreiheit, aber Sie sollten sich wirklich mäßigen in Ihren Ausführungen. Das geht wirklich manchmal zu weit, was Sie hier machen. Ja? Also, Entschuldigung. Ja, das geht wirklich zu weit, wenn Sie hier Kollegen wünschen, dass sie eingesperrt werden. Das kann so nicht sein. Also, ich bitte Sie, sich zu mäßigen. So, für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Edgar Franke. So, ich bin immer noch immer noch ein paar andere Sachen, hier, wenn ich auch in demhause bir